Ein Dirtblock gesetzt? So. Dirt. Da hin zwei Stück. Da hin zwei Stück. So, 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 so. So, du, 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 du. Du, 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 du. Ja, mit 10 Treppen schaffe ich's bestimmt nicht. Komm ich da dran? Jawohl. So, das ist nicht mehr allzu viel Holz, würde ich mal so feststellen wollen. So, so, okay, 61, reicht das noch? Ich weiß es nicht. Und es wird auch schon wieder dunkel. Der ist, äh, fail. Fackeln müssen auch noch rein. Ich will aber jetzt erstmals hier unbedingt fertig kriegen und nicht immer hoch und runter laufen, auch wenn jetzt die Nacht anbricht. Heißt, wir machen hier mal schnell so drei Fackeln rein. So, wipp. Aua. So. Endlich ist mir auch mal so ein Doppel-W-Sprung gelungen, ne? Habt ihr gesehen. Normalerweise versage ich ja kläglich bei sowas. Aber irgendwie hab ich's jetzt gerade geschafft, von der Workbench aufs Dach zu springen. Ich bin von mir selbst überrascht. Ist ja auch schön, wenn man sich selbst mal überraschen kann. Oh, schön, der Sonnenuntergang. So. Gut. Oh mein Gott, was ist da denn los? Die Tiere feiern eine Party. Die haben auch gar kein Licht, fällt mir auf. Ich sollte da vielleicht mal Fackeln aufstellen. Hm. Ich überleg's mir mal. So, jetzt brauchen wir hier noch in der Mitte. Da komm ich natürlich nicht mehr dran. Machen wir hier so einen Umweg. So, da kommt nur noch einer hin. Auf der anderen Seite genauso. So, genau das wollte ich mich vermeiden, dass ich hier runterfalle. Aber hier kann ich ja auch wieder rausglittern. So. Warum sag ich so oft so? Weil ich das so haben will. Oder weil's grad einfach gut passt. Ich werd's versuchen zu vermeiden. Ich glaub, es ist jetzt nicht ein schöner Stil, dieses Wort so oft hintereinander zu benutzen. So. Schon wieder. Boah, das krieg ich nicht raus so schnell. Ich versuch's. Machen wir hier mal schön zu, 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 zu. So. Schon wieder. Das gibt's doch nicht. Dann nehm ich mir vor, das nicht mehr zu sagen. Und was passiert? Es wird hier das zweite Wort. Jetzt möchte ich hier oben aber eine Stein... Stein drauf bauen. Einfach damit ich vor... Gewittern sicher bin. Geht das... So geht das genau. Ja. Okay. 24 reicht vollkommen. Hab ich noch Dörte, um hier rauszukommen? Ich hab noch ein bisschen Dörte. Facken sind ja hier genug drin. Ja, müsste gehen. So. Und dann machen wir oben einfach zu. Da müssen wir einmal einen verkehrt setzen. Und dann können wir den Rest einfach hier so dran klatschen. Ja. Das ist doch schön geworden. Und jetzt können wir ab ins Bett. Äh... Äh... Guten Morgen. Die Nacht war zu kurz. Ich hab zu lange gearbeitet. Äh... So. Ich will dieses Wort auch nicht mehr sagen. Pssst. Wir gehen nun in die Höhle nochmal hier unten rein. Also... Also in unsere... Unsere Monsterfalle. Und... gehen neben die Knochen holen. Die hier... Frontenflash. Hm. Interessant. Ja, komm. Dich nehmen wir doch mit. Sieht aus wie ein römischer Kaiser. Na gut. Auf dich warten wir dann nicht mehr. Hast du was fallen lassen? Nein. Toll. Das hat sich ja gedroht. Nicht so wirklich. So... Wir gehen jetzt hier hoch. Das Haus ist fertig. Das können wir jetzt mal aus der Ferne uns noch betrachten. Aus der Ferne heißt so von dieser Insel aus. Oh ja, wir haben alles karl geschlagen, ne? Macht uns gar nichts. Was liegt da oben oben? Gelbe Blumen. Okay. Ja, ist doch schon ganz ansehnlich. Wäre natürlich schöner, wenn das hier unten in der Mitte wäre. Vielleicht versetze ich die Mauer einfach mal. Was war das? Hm. Das könnte ich tun. Ungefähr hier muss ich wieder nennen, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Setze ich die nach da, habe ich beides sechs. Kann aber nirgends wo mal die Eingangs vorhin bauen. Na, das weiß ich ja nicht, ob ich das will. Freilaufende Hühner. Und das von meinem Haus. Ich wollte es schon wieder sagen. So, das muss weg da noch. Ich habe es auch schon wieder gesagt. Das muss auf jeden Fall weg. So viel steht fest. Habe ich hier noch so einen Erdblock, wo ich drauf springen kann? Oh. Reicht nicht. Reicht nicht. Also Kabel ist Don unter uns fertig. So. So. Boah, ne. Es geht mir jetzt selber auf den Keks. Hätte wahrscheinlich keiner gemerkt, hätte ich das nicht angesprochen. Ich glaube, ich muss in die Sprachschule, um das loszuwerden. Lustige Treppe rauf. Ja, das Haus wäre also somit fertig. Was immer. Ich sollte mal kurz was hier hinten gucken. Das heißt fertig. Ich kann natürlich immer noch was anbauen, wenn ihr das wollt. Und ich frage mich natürlich, ich habe gesagt, ich baue ein Leuchtturm. Ich frage mich, wo ich hier hin baue. Weil so mitten hier wäre ja irgendwie blöd, ne. Wo kein Wasser ist. Also da ist zwar Wasser, aber dafür braucht man keinen Leuchtturm. Muss ich mal gucken. Hier hinten ist karke Wildnis. Da irgendwo Wasser kommt, weiß ich nicht. Was ist das denn da schickes? Hier muss ich mal eben kurz vorbeigucken. Hier ist Wasser. Dafür brauche ich einen Leuchtturm. Für diesen. Für dieses Wasserding hier. Das ist ja interessant. Nur als wäre hier eine Tür drin gewesen. Da wundle ich mich mal rein. Einfach nur so aus Spaß. Habe ich eine Schippe? Natürlich nicht. Doch da. Was ist das hier? So. Da werdet ihr jetzt denken, ich bin total bekloppt geworden und hebe hier irgendwelche Höhlen aus. Und, äh, ihr habt recht. Das hat überhaupt keinen Sinn, was ich hier mache. Aber ich fand das hier gerade so schön. So einen Eingang und dann... Ne? So, machen wir anders. Dann machen wir hier mal einen schnellen Fackel an die Wand. Die machen wir wieder weg. Und ich glaube, hier raus baue ich mir dann irgendwann mal was. Irgendwann mal. Das muss ein bisschen breiter werden. So mache ich das. Genau so. Das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Das reicht noch nicht. Ich möchte das nur mal ein bisschen ausheben hier, um dann vielleicht mal in naher Zukunft was reinzubauen. Ja. Und, falls ich dann mal irgendwann auch hier hinkommen sollte, will ich auch gleich hier eine Workbench und sowas haben. Schade, ich kann mir... zwar eine Workbench jetzt hier hin pflanzen, aber leider keine Tür reinmachen, da ich nicht genug Holz habe. Aber egal, die Workbench bauen wir hin und wir bauen uns auch hier einen Ofen hin. Dann kann ich das nächste Mal, wenn ich was mache, hier auch schön arbeiten. So. Genau. Die Tür wäre jetzt nicht ganz verkehrt. Kriegen wir doch bestimmt schnell hin. Wir haben noch hier alle möglichen Setzlinge. Und wir haben noch bestimmt Bohnenmehl dabei. Zack. Ähm, die Axt habe ich natürlich weggepackt. Schlauerweise von mir. So, und schon können wir unsere... Toll, wir haben hier drinnen einen Baum gezüchtet. Wie geil das ist. Passt genau rein. So, machen wir Holz raus und dann machen wir eben die Tür hier hin. Und danach noch so eine Druckplatte. So, ich schmeiß das Korn, wir kämen gleich wieder auf. Ja, perfekt, dann können wir das so lassen. Kleine Behausung, weil es gerade so schön war. So, aber eigentlich habe ich nach Wasser gesucht. Das ist schön, hier direkt hier drunter ist das. Okay. Ja. Da hinten ist ein Fluss, da lohnt sich aber auch... Oh, das ist ein Pumpkin, den nehmen wir mit. Aber am Fluss, würde ich sagen, lohnt es sich nicht, ein Leuchtturm hinzusetzen. Das Lehm, Lehm ist mir sehr angenehm. Dass mir die Schippe kaputt geht, das würde ich nicht so. Und den Lehm möchte ich mitnehmen. Den kann man immer gebrauchen. So, 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 so. Den Pumpkin wollte ich auch mitnehmen. Und hoffe, dass ich da Samen rauskriege. Ja, das passiert, wenn man unter Wasser versucht, irgendwann abzuarbeiten. Man braucht ungefähr vier Jahre. Und deswegen mache ich das nämlich lieber von oben. Und bin prompterweise gleich wieder unter Wasser gelandet. Wieso habe ich denn auch keine Schippe mehr? Was ist das für ein Mist? So, ich finde Lehm eigentlich mittlerweile wirklich den seltensten Rohstoff, den man überhaupt irgendwie finden kann. Irgendwie finde ich den nämlich nie oft. Da ist ja noch ein... eine Stelle ist noch da. Okay. Da. Okay. Haben wir ein bisschen Lehm gefunden, das ist ja nicht verkehrt. Reicht das hier für ein Leuchtturm? Ne, nicht wirklich, ne? Da hinten müsste dann der Ozean kommen. Ja... Das sieht schon eher danach aus. Na, obwohl das ist auch nur ein großer See, ne? Hm. Schon wieder ganz schön weit weg. Ich glaube aber, hier nach kommt der See. Das glaube ich eben nicht, zumindest. Das Meer. Ja, das ist doch schon groß genug für einen Leuchtturm. Was ist das hier? Okay. Interessant. So, wir sind hier auf so einem kleinen... Ich hoffe, ich bin nach Hause zurück. Ich hoffe, ich bin nach Hause zurück. So, lalle. Ich würde sagen... Hier gibt's bei Zeiten einen Leuchtturm. Und jetzt rennen wir zurück. Aua. Bei Zeiten heißt es natürlich, wenn ich genug Worte zusammen habe. Habe ich noch ein Hähnchen dabei? Ja, habe ich noch. Und nehme natürlich das Holz anstatt das Hähnchen. Dann nehmen wir noch eins. Hatte ich noch einen freien Platz im Inventar? Kann ich noch ein bisschen Schwein-Zeug mitnehmen? Hm. Irgendwie nicht. Wir schmeißen irgendwas weg. Und zwar machen wir aus dem Knochen Bohnenmehl. Dann haben wir genug Platz. Okay. So, ich glaube, mein Haus ist irgendwo da. So würde ich jetzt mal tippen. Mein Gott, ich hoffe, ich finde das wirklich wieder. Und die Sonne geht auch schon wieder runter. Alles andere wäre ja auch jetzt doof gewesen. Nächstes Mal sollte ich vielleicht auf die Sonnen achten, bevor ich so einen Ausflug mache. Okay, es hat mich natürlich auch noch dieses kleine Raum da zu bauen mal eben aufgehalten. Jaja, ich renne schon. Ich wollte aber dieses Schwein natürlich noch umbringen. So viel Zeit muss sein. Für ein kleines Schwein haben wir immer ein bisschen Zeit. So, Schafe, hallo. Kühe. Also früher waren Tiere sehr viel weniger. Jetzt sind es ja mittlerweile richtig viele Tiere. Und ein Headshot. Genau. Das sind die Pilze, die ich vorhin schon mal gesehen habe. Jetzt muss ich nur durch den Wald zurück zu meinem Haus finden. Bevor die Creeper kommen und mich... Was denn hier für ein Bienen fällt? Um mich in die Luft sprengen zu müssen. Das Ei, können wir das mitnehmen? Ja, dann nehmen wir das natürlich mit. So, sind wir hier? Ja, da ist auch meine Farm. Hallo, ihr Schafe. Hallo, ihr Schafe. Hallo. Ah ja. Komme ich an euch dran? Na ja. Ich mache es ja nicht auf, weil ich will auch nicht, dass hier was spawnt. Spawnt also rein in die Gutstube und ins Bett. Gute Nacht. Und guten Morgen. So, erstmal ein Bad neben mir. Puh. Da ist die Kabelzone von meiner Wand unten, die ich gebaut habe. Ja. So. Frisch gebadet oder geschwommen oder was auch immer. Gehen wir ans Tageswerk. Gehen wir ans Tageswerk. Wir gucken nochmal bei den Schafen vorbei. Da scheint sich nichts zu tun, von wegen Nachwachsen. Was ist denn, wenn ich Bohrmehl vielleicht auf die Schafe drauf haue? Geht das? Nein. Wenn ich hier was zu essen gebe, wachst das denn nach? Ah, hier wachst mal nach. Hier kriegt ihr ein bisschen Nahrung. Zeugt mal viele kleine Schäfchen hier. Oh, kein Essen mehr. So, die Knochen brauchen wir dann nicht. Sieht ein bisschen sehr hoch aus für dieses kleine Dach. Von hier aus sieht das sehr merkwürdig aus. Ein Creeper. Den lassen wir mal da rumcreepen. So, Pumpkin. Pumpkin-Samen. Okay. Dann züchte ich auch mal irgendwo. Ich weiß nur noch nicht wo. Ich will nicht da hingehen wie den Creeper. Diesen Berg wollte ich auch nochmal wegmachen, ne? Hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Hab ich gesagt. Ah, der Creeper nervt sich jetzt aber total. Tja. Geh ich hier außen einmal rum. Ist er nicht so hoch hier? Nein, 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 nein. Das ist ja schnell erledigt hier. Geht's hier auf dem Weg nach oben? So. Gut. Ich dachte schon hier wäre jetzt auch ein Creeper. Wäre die ganze Mühe umsonst gewesen. So. Da hinten sind die Tiere. Hier sind so mehr die Pflanzen. Hier ist auch schön warm für die Pflanzen. Ja. Wo baue ich denn meine Pumpkin-CZs hin? Wo brauche ich denn noch Platz dafür? Wo ist der Creeper jetzt eigentlich? Ist weg. Umso besser. So. Ich brauche Zäune. Das ist ein bisschen wenig Zäune. Wir brauchen Zäune, 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 ganz viele Zäune. Also wirklich viele Zäune werden das hier nicht. So. Oderle. 20 Stück. Ja, das reicht wahrscheinlich. Ja, wir brauchen unsere Eimer auf jeden Fall. So. Und mitnehmen. Ah, haben wir ja noch jede Menge Holz. Ist gut. Daraus machen wir irgendwann was zu essen. Das können wir alles hier lassen. Leben lassen wir auch erstmal. Ne, Leben würde ich sagen brennen wir direkt. Müssen die so gebrannt werden jetzt? Ofen. Müsste das so gebrannt werden. 35 heißt 4 Stück, ne? Müsste für 36 sein. Hm? So, Pumpkins. Weiß ich immer noch nicht welchen Bau hier vielleicht? Ja, aber dann brauchen wir erstmal eine Schippe. Ja, reingehen wäre ganz toll. Vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen Eisenfarmen gehen. Ich habe zwar noch ein paar Barren, weiß ich. Aber das ist nicht mehr die Welt. Raus hier. So. Lass doch dann. Ja. Machen wir das hier mal weg. Ne, das geht nicht. Das muss hier bleiben. Sonst sieht es so künstlich aus. Das machen wir so, würde ich sagen. So machen wir das genau. Ja. Ja. Ne. Falsch. Saun hier hin. Müsste der nächste Zaun hier hin eigentlich. Müsste wir die eigenen Termine ein bisschen umlegen. Aber das macht ja auch nichts. Also nicht umlegen, aber zumindest so ein bisschen anders gestalten. Das geht natürlich nicht. So. Hier kommt dann ein Eingang rein. In der Hohe habe ich weggeschmissen. Das weiß ich noch. So. Das heißt wir brauchen eine neue Hohe. Ach Quatsch. Couple Store. Genau. So. Stone Hohe. Und dann brauchen wir noch mehr Holz. Habe ich nicht vorhin noch hier. Genau. Brauchen wir ein paar Stickies. Und dann natürlich noch ein Eingang. Habe ich auch vorhin weggeschmissen. So.